Die Lüneburger Heide. Hier erstreckt sich auf einer Fläche von 157.000 Hektar atemberaubend schöne Natur. Mystische Moore, frisch duftende Laubwälder, glasklare Heidebäche und die großen Heideflächen sind das Zuhause zahlreicher Tier- und Pflanzenarten. Die Naturparks Südheide und Lüneburger Heide umfassen das Gebiet, das viele Menschen als Lüneburger Heide kennen. Naturparks sind besondere Räume, die überwiegend aus Landschafts- und Naturschutzgebieten bestehen. Hier werden Schutz und Nutzung von Natur und Landschaft verbunden. Im Norden der Region befindet sich ihr Herzstück, das 23.440 Hektar große, autofreie Naturschutzgebiet. Hier finden sich die größten zusammenhängenden Heideflächen Mitteleuropas. Dass Heide mit viel finanziellem, personellem und zeitlichem Aufwand gepflegt werden muss, wissen die wenigsten. Nur durch sogenannte Heidepflege blüht sie im Spätsommer in leuchtenden Farben. Ihr Ursprung liegt weit zurück. Die Böden, die Geologie und das Relief entstanden in der vorletzten Eiszeit, der sogenannten Sahneeiszeit. Diese ging vor ungefähr 130.000 Jahren zu Ende. Seitdem ist die Heide immer kleiner geworden. Im Vergleich zum 18. Jahrhundert haben die mit Heidekraut bewachsenen Areale gerade noch ein Prozent ihres ehemaligen Umfangs. Zu Beginn, circa 2500 vor Christus, bestand die Lüneburger Heide vorwiegend aus Eichen- und Birkenwäldern. Mit Beginn der Jungsteinzeit, um 500 vor Christus, wurden die ersten Menschen sesshaft. Auch sie formten die Lüneburger Heide. Sie begannen die Mischwälder zu roden, um Acker- und Weideland sowie Bau- und Brennholz zu gewinnen. Im Wald hüteten die Menschen ihr Vieh und sammelten regelmäßig Laubstreu. Das drängte den Wald ebenso zurück wie der enorme Holzbedarf, den es in der Gegend damals gab. Die Lüneburger Saline, eine Anlage zur Gewinnung von Speisesalz, einem damals wertvollen Rohstoff, benötigte Holz für den Betrieb. Das wurde aus Wäldern geholt und so der Baumbestand reduziert. Die Wälder wurden gerodet und es entstanden Äcker. Diese nutzten die Menschen intensiv für den Anbau von Nahrungsmitteln, was den Böden die Nährstoffe entzog. Schwierige Bedingungen, unter denen nur anspruchslose Pflanzen wie die Besenheide sich wohlfühlten. Die Heide breitete sich aus und die Heidebauernwirtschaft entstand. Heidschnucken weideten auf den Heideflächen. Sie verbissen alle Pflanzen, die mit der Heide konkurrierten, was Verjüngung und Wachstum der Heideflächen förderte. Genutzt wurde die Heide aber auch zur Imkerei und der Gewinnung von Düngemitteln. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann man, die Heideflächen primär mit Kiefern aufzuforsten. So entstand in der Lüneburger Heide wieder eines der größten Waldgebiete Deutschlands. Auch heute spielt der Mensch eine wichtige Rolle, um den vielfältigen Lebensraum der Lüneburger Heide für Tiere und Pflanzen zu erhalten. Mittlerweile gibt es in Deutschland kaum noch Wildnis. Naturschutzgebiete werden mit viel Einsatz und Fachkenntnis durch Menschen gepflegt, um Landschaften zu erhalten. Denn um sie zu schützen, muss der Zustand erhalten werden, der nach der letzten Eiszeit geschaffen wurde. Heidepflege ist notwendig. Ansonsten verbuschen Heideflächen und schon nach kurzer Zeit entstehen wieder Waldflächen. Nährstoffeinträge aus der Luft führen dazu, dass sich Gräser ausbreiten, die die Heide verdrängen. Die Pflegemaßnahmen entziehen dem Boden Nährstoffe, sodass die Heide, die unter widrigsten Bedingungen überleben kann, nicht von Pflanzen und Bäumen überwuchert wird. Insgesamt gibt es sechs unterschiedliche Arten der Heidepflege. Einige davon sind gut sichtbar, andere weniger. Gepflegt werden immer nur Korridore. Würde man zu große Flächen pflegen, gäbe es keinen Raum, der für Tier- und Pflanzenwelt erhalten bleibt. Heidepflege beschränkt sich nicht nur auf einen bestimmten Abschnitt des Jahres. Sie ist eine dauerhafte Aufgabe, die über das gesamte Jahr hinweg ausgeführt wird. Manche Maßnahmen sind nur in warmen Monaten möglich, andere ganzjährig. Einer der Menschen, die sich um die Heidepflege kümmern, ist Dirk Mertens. Er ist Experte für Naturschutz und Offenlandpflege beim privaten Verein Naturschutzpark Lüneburger Heide, kurz VNP. Der Verein ist in der Nordheide neben den Landkreisen und Kommunen einer von vielen Akteuren, die sich verantwortungsvoll um den Erhalt der Heide kümmern. Im Naturpark Südheide kümmert sich der Landkreis Zelle als Träger des Naturparks neben Flächeneigentümern und Bewirtschaftern um die Pflege der Heideflächen. Ohne die Gehölzentnahme würde die Lüneburger Heide schnell zum Lüneburger Wald. Deshalb müssen die Heideflächen von Bäumen befreit werden. Bäume schaden dem wertvollen Lebensraum Heide langfristig. Sie werfen viel Schatten und verdrängen die Heide. Welche Bäume entfernt werden, wird vorab detailliert geplant. Oft werden auch Forstexperten hinzugezogen. Wir haben da die verschiedensten Möglichkeiten. Entweder mit leichtem Gerät, mit der Motorsense abschneiden, etwas größer mit der Motorsäge abschneiden. Dann wird das Ganze in Reihen gepackt und zusammengeschoben. Es gibt aber auch schwere Forstmulcher, die durch die Flächen fahren, wo dann Mähcontainer dahinter sind und das ganze Material aufnehmen. Wichtig ist in der Regel, wenn wir nicht gerade für Reptilien, also für Eidechsen und Schlangen Lebensräume schaffen wollen, Versteckmöglichkeiten schaffen wollen, dass wir das, was abgesägt wird, und eben auch aus den Flächen rausnehmen, damit die Heidschnucken danach wieder weiden können. Ein Teil der Bäume und Gehölzer bleibt dauerhaft. Sie sind wichtiger Lebensraum für Vögel und Insekten. Egal ob Sonnenschein oder Schnee, Heidschnucken weiden das ganze Jahr über in der Heide. Und sie zeigen, Heidepflege muss nicht immer von Menschen durchgeführt werden. Es gibt auch tierische Landschaftspfleger. Die Heidschnucken sind nicht nur das Wappentier der Lüneburger Heide, sondern auch ganzjährig in den Naturparken unterwegs. Und von großer Wichtigkeit. Ohne die Hilfe der Schnucken ließen sich die größten zusammenhängenden Kaluna-Heiden-Mitteleuropas nicht dauerhaft erhalten. Heidschnucken gehören zu einer alten Landschafrasse. Ihre Liebe zu Heidekraut, Gras und Wildkräutern gibt dem Tier seinen Namen. Schnucke kommt vom Wort Schnökern, das Naschen bedeutet. Dieses Naschen erhält die Heide, denn die Heidschnucken verspeisen aufkommendes Gehölz oder Gräser. Auch die Heide bleibt durch sie kurz und kann so nicht verwuchern. Ihre Hufe verletzen die Moosschicht, die sich im Sonnenlicht gerne schnell in der Heide ausbreitet. Wir vom Verein Naturschutzpark haben sechs Heidschnuckenherden und eine siebte Herde, die eine gemischte Herde zwischen Heidschnucken und Ziegen ist, wo die Ziegen dann überwiegen. Und die sind bei uns festangestellte Schäfer und Aussiltschäfer, also 15 Schäfer, werden bei uns im Verein betreut. Dann haben wir noch zwei Pächter, die ihre privaten Herden haben und auf unseren Flächen weiden. Im Naturpark Südheide befinden sich die Heideflächen überwiegend in Privatbesitz. Hiesige Schäfer sind selbstständige Heidschnuckenhalter, die die Heideflächen mit ihren eigenen Heidschnuckenherden pflegen und für diese wertvolle Aufgabe vom Land Unterstützung erfahren. Die Heidschnucken wissen genau, wo sich ihr Einsatz besonders lohnt und geben auf der Suche nach ihrem bevorzugten Fressen schon mal die Richtung vor. Noch besser als die Schäfer wissen die Heidschnucken, wo sie die Heide abknabbern sollen. Und der Schäfer muss nur ein bisschen darauf achten, dass das im Weidegebiet gut verteilt passiert und vielleicht auch entsprechend der Auflagen, die man zum Schutz bestimmter Tier- und Pflanzenarten gemacht hat. Selbstverständlich folgt die Route der Herden aber einer übergreifenden Planung. Die Beweidung ist fester Bestandteil des Pflegeprogramms und muss koordiniert durchgeführt werden. In den Naturparks der Lüneburger Heide gibt es zahlreiche Herden. Die Heidschnucken ziehen morgens los und sind um die acht Stunden pro Tag unterwegs. Die Herde eines Schäfers besteht aus 400 bis 600 Tieren. Die Heidschnucken fressen im Gehen. Das ist besonders wichtig, weil sie sonst die Flächen mit ihrem Kot überdüngen würden. So schaffen die Heidschnucken ein großes Gebiet, das systematisch abgearbeitet wird. Mittlerweile werden die Heidschnucken auch manchmal von Ziegen unterstützt. Ziegen verbeißen Gehölze, die höher wachsen. Birken und Kiefern zum Beispiel. Heute haben wir die Ziegen mit dabei, weil wir dort den besten Gehölzverbiss haben. Und es ist tatsächlich auch so, dass die Ziegen in den meisten Herden vorne anlaufen und so ein bisschen das Futter bestimmen. Das heißt, wenn die Ziegen vormachen, dass Gehölze gut schmecken, dann gehen auch die Schafe ein bisschen eher an die Gehölze ran. Insofern ist der Effekt, obwohl das eigentlich relativ wenige Ziegen in Bezug auf die Ganztierzahl sind, recht hoch. Das Plaggen ist eine Form der maschinellen Heidepflege. Hier kommen Plaggmaschinen oder Bagger zum Einsatz, um die gesamte Vegetationsschicht und die Rohhumusauflage abzutragen. Dadurch werden stark vergraste Heideflächen wieder zu vitaler Heide gemacht. Früher brauchte man für diese Arbeit jede Menge Muskelkraft. Daher kommt auch der Name. Also der Begriff, diese Plackerei oder was für eine Plackerei, kommt eben tatsächlich vom Placken. Damals hat man das ja noch mit der Twig, also mit einer Hacke von Hand gemacht und von Hand diese schweren Soden auf den Ochsenkarren geladen und dann in den Stall gefahren, wieder abgeladen, ausgestreut. Eine Wahnsinnsplackerei und der Begriff ist geblieben. Durch das Placken kann Offenboden entstehen. Davon profitieren viele Tierarten, ebenso wie Pflanzen, die sich lange Zeit über entwickeln oder nur geringe Konkurrenzkraft haben. Die Heide ist eine Moorbeetpflanze. Das heißt, sie versauert, um Nährstoffe aufzunehmen, ihre Umgebung. Und dann können die Blättchen und alles, was so an organischer Substanz entsteht, nicht vollständig abgebaut werden. Das ist so wie im Moor, wo das Torfmoos den gleichen Effekt hat und ein Torfboden entsteht, entsteht unter der Heide eine Rohmussschicht, die zwar leicht umgesetzt ist, aber nicht komplett umgewandelt wurde. Und diese Rohmussschicht wächst nach und nach immer höher an und die Heide erstickt sich grundsätzlich selber. Und früher kam dann die Drahtschmiele, hat diese Rohmussschicht wieder abgebaut und man sprach so von einem Zyklus von 40 Jahren, kam dann die Heide irgendwann wieder durch. Heute kriegen wir ganz viel Dünger aus der Luft und wenn das Gras erstmal da ist, dann bleibt das Gras auch da und entsprechend müssen wir eben abplacken, um die Heide zu erhalten. Wie schnell nach dem Plaggen wieder Pflanzen auf der gepflegten Heidefläche blühen, hängt stark vom Wetter ab. Glücklicherweise sind in der Heide über die Jahrtausende bis zu einer Bodentiefe eines Meters Heidesamen eingearbeitet. Daher können sich die Pflanzen nach der Pflegemaßnahme schnell wieder entwickeln. Nasses Wetter begünstigt das Heidewachstum. Ist es trocken, kann es deutlich länger dauern, sogar bis zu fünf Jahre. Beim Schuppern geht das deutlich schneller. Bereits nach einem Jahr blühen die Pflanzen auf der gepflegten Fläche wieder. Der Unterschied ist, dass bei dieser Art der Heidepflege der Wurzelstock der Pflanzen im Boden verbleibt. Vegetationsschicht und ein Teil der Rohhumusauflage werden abgetragen. Das Schuppern ist heutzutage die gängige Maßnahme. Im Vergleich dazu wird Plaggen nur noch sehr selten durchgeführt. Beim Schuppern lasse ich einen Hauch Rohmus auf der Fläche, also so ein, zwei Millimeter verbleiben im Durchschnitt auf der Fläche. Und dadurch bleibt auch der Wurzelstock der Heide zumindest in Teilbereichen immer wieder vital erhalten. Das heißt beim Schuppern habe ich normalerweise auch im gleichen Jahr im Herbst schon wieder einzelne Pflanzen, die aus dem Wurzelstock ausgetrieben sind und blühen. Spaten, Säge oder Astschere. Eines dieser Werkzeuge braucht man zum Entkusseln. Hier ist wieder menschliche Arbeitskraft gefragt. Die kommt in der Lüneburger Heide, unter anderem auch von freiwilligen Helfern. Diese Pflegemaßnahme eignet sich aber nur für kleine Teile der Heide. Aufkommende Schösslinge von Birke oder Kiefer werden in zeitintensiver Handarbeit entfernt. Das Entkusseln hält Flächen offen und verhindert, dass diese sich wieder in einen Wald verwandeln. Wir haben natürlich ganz viele Firmen, die Entkusslungsarbeiten bei uns machen. Aber viel stolzer sind wir eigentlich auf die vielen Ehrenamtlichen. Innerhalb eines Jahresverlaufes sind es 1.100 Personen, die hier im Naturschutzgebiet im Durchschnitt der Jahre jährlich sich irgendwann mal eine Schere in die Hand nehmen oder einen Motorsäge oder Freischneider, das ist deutlich seltener, und Flächen freistellen. Das geht vom Imkerverein über ganz, ganz viele Schulklassen, über einige Dorfgemeinschaften. Das sind wirklich ganz, ganz breit gestreute Gruppen, die es machen. Auch Besucher können die Heide pflegen, indem zum Beispiel Wanderwege eingehalten werden, Hunde an der Leine laufen und Abfall mitgenommen wird. Die optisch spektakulärste Pflegemaßnahme ist der Heidebrand. Hier wirkt das Feuer nicht zerstörerisch, sondern ist eine ganz natürliche Art der Heidepflege. Neben der Beweidung ist das Feuer sogar die natürlichste Ursache für die Entstehung und Erhalt der Heide. Durch das Feuer werden Moos, Pflanzen und ein Teil der Rohhumusauflage abgebrannt. Die entstehende Asche verbleibt auf dem Boden. So wird der Erde Stickstoff entzogen. Die wichtigen Spurenelemente aber bleiben erhalten. Viele andere Arten der Heidepflege bringen zwangsweise eine Entfernung der Spurenelemente mit sich. Das Feuer nicht. Es erhält die Heide in ihrer ursprünglichen Form. Für den Heidebrand müssen die äußeren Bedingungen stimmen. Wind, Luftfeuchtigkeit oder die Trockenheit des Bodens sind ausschlaggebend. Dafür eignet sich der späte Winter besonders gut. Begleitet wird der Heidebrand stets von umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen. Zunächst mal kriegen alle Feuerwehren der Region die klare Benennung der Flächen, die wir abbrennen sollen. Die Feuerleitzentrale kriegt eben die entsprechenden Flächen benannt. Und eben auch einige andere Behörden, sowohl das Forstamt, das Benachbarte, als auch die Naturschutzbehörden und die Polizei wissen, da wird dann und dann gebrannt. Und die Zeiten sind auch klar festgelegt, wann wir da brennen und wann wir aufhören. Wann man wieder gucken muss, falls es dann danach doch brennt, ob irgendwas schiefgegangen sein könnte. Wir legen Brandsicherheitsschneisen an. Das heißt, der Wasserwagen fährt vor, macht die Fläche nass in einem schmalen Streifen. Direkt daneben läuft jemand mit diesen Tropffackeln, der Drip Torch, und zündet erstmal einen schmalen Streifen an, der mit dem Wind eben bis zu einer nassen Fläche läuft, bis wir irgendwann einen bis zu 30 Meter breiten Brandsicherheitsstreifen freigebrannt haben. Und erst dann gehen wir in die Fläche und brennen innerhalb der Fläche eben halt die großen Heideflächen ab, die wir abbrennen wollen. Der Heidebrand ist an sich aber keineswegs gefährlich. Experten begleiten das Abbrennen der Flächen und leiten das Feuer. Der Heidebrand sorgt entgegen einer weit verbreiteten Annahme nicht für das verstärkte Freisetzen von CO2. Alle Arten der Heidepflege verursachen Emissionen. Sogar die Beweidung durch die Heidschnucken hat den Ausstoß von Methan zufolge. Wenn wir die Heide mähen, wenn wir placken, wenn wir shoppern, wird genauso viel CO2 freigesetzt. Zum Teil sogar eben über das Erdöl oder den Diesel, den wir verbrauchen, eben über die Pflegemaßnahmen deutlich mehr aus bis dahin festgelegten Ressourcen. Und auch die Beweidung, was da an Methan freigesetzt wird, steht im Vergleich zu dem, was wir an CO2 durch das Feuer freisetzen, im Klima wird natürlich ganz anders da. Man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass die Heide ohnehin zu großen Teilen eben irgendwann abstirbt und das CO2 wieder freigesetzt wird. Das sind natürliche Prozesse und in den Größendimensionen, in denen wir heute noch Heideflächen abbrennen, sind das eben minimalste Werte. Die Heide hat Jahrhunderte überdauert. Dank der verantwortungsvollen Heidepflege von Naturschützern und Helfern blüht sie jedes Jahr wieder in den schönsten Farben und bietet Bekannten wie neuen Tier- und Pflanzenarten einen sicheren Lebensraum. Die weltberühmte Heideblüte, zahlreiche Wander- und Radwege und das facettenreiche Umland begeistern Tausende von Menschen, Einheimischen und Besucher aus aller Welt. Wenngleich auch die Herausforderungen größer werden. Wir alle können dazu beitragen, dass es so bleibt und der besondere Lebensraum Lüleburger Heide erhalten bleibt. Damit er auch für künftige Generationen ein faszinierender Sehnsuchts- und Ruhespendender Rückzugsort bleibt. . WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR